Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Teil GTA 5. Heute spielen wir weiter GTA 5 und fahren jetzt zu Trevor´s Haus, um eine weitere Mission zu machen. Was ist da, Ron? was going on Ron they were here for you here for you who was here them bikers after you killed Johnny Kay and they damage my stuff huh they smash up my home damage my soul this 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 statue here of impotent rage this fucking meant more to me than Johnny came into anyone and they smashed it those pathetic midlife crisis hog riding shaven-headed fruity leather chapped wearing fucking assholes they're assholes Trevor they are they're chap wearing assholes wait 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 you little shit oh whoa whoa hey Michael fucking Townley right bitch wife two kids 45 find them Los Santos it's a big big place Trevor there's lots of people you are fucking useless huh find out who did that fucking robbery all right and if Michael Townley lives there or anyone matching his description I'm gonna kill you and your fucking cousin am I being clear now yes Trevor thank you wait now smile yeah all right that's better run along now Ron shall we go I cannot believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage the cheek huh the fucking cheek oh I got a swing by ammunition go to Sandy Shores airfield check it out let's go come in come in I'll come in your ear when I get a hold of you oh what are you buying at the gun shop I'm not buying anything I need a sniper rifle with a high power scope they say they support local business well we're about to find out if that's true cool let's go Melvin how you feel about brand synergy huh TP industries ammunition that's the rifle I need she'll do nicely now I need a Chief zoote and a suppressor Scheld endoparkass that's go out of your face I know you've sold cletus's gun and he ain't got three brain cells mm hmm eyes 58 got theets Cure em how I to grab the boat or not no yes way let's go Steaker Squ trades and not god making GTA 5 in a bad way Lichtbocken. Ja, wir sind! Wo sind wir, Mann? Ich bin auf der Water Tower. Ich bin hier. Ich sehe nicht die Hardware. Aber ich sehe viele Bikers. Hardware ist noch nicht hier. Ich komme auf. Wir müssen warten, bis Sie in der Unnotizung kommen können. Sie geben Sie Zeit, um den Gas tanken zu planen. Das ist die Zeit, Ronald. Das ist Ihr Moment, Ronald. Wenn Sie eine Frage stellen, ich will Sie, dass ich Sie in der Lage bin, ich will Sie, dass ich Sie in der Lage bin, dass ich Sie in der Lage bin. Right, Trevor! Right! Right! Got it! Jetzt, relax! Das ATV kann nur so weit gehen. Park es und nicht sie sehen Sie. Kannst du mich, Trevor? Hier, bei der Straße! Du wirst es nicht glauben, Ron. Einer dieser Hörer hat eine Seizur oder so. Das ist ich! Das ist ich! Nicht schreien! Na, weiter geht's! Ich stehe! Ich stehe! Bleib mich auf, okay? Okay! Ich halte für dich die vier Stunden. So you can calm down. Now, don't smoke the guy in the van until he stops and gets out. Ich halte ihn nicht. 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 Du kannst ihn nicht. Wenn der Mann seine Bezüge ist, ich will nicht so schnell. Keine Brüder! Er ist da. Er wird weg. Er wird es gut. Du solltest du gesehen, die Gesichter auf der Seite. Er wird weg. Er wird weg. Er wird weg. Er wird weg. So lange, Seiler. Oh nein! Der Oberst der Torre. Ein anderer Mann ist auf der Weg. Er ist da, in der Böden. Er ist da, in der Böden. Ein Schuss. Ein anderer Mann ist auf der Torre. Er ist wahrscheinlich für seine Freundin. Er hat ihn gefunden. Er hat ihn gefunden. Geh ihn raus, oder er wird die Alarm verletzt. Oh! Auf geht's geht's. Geh deine Bezüge zurück auf mich, Trev. Ich habe Angst. Du hast deine Bezüge auf mich? Ich habe dich in meine Bezüge. Also, mach das Böden auf der Böden. Ich kann nicht. Es gibt jemanden aus dem Böden. Ich kann ihn auf dem Torre. Die Karte sagt mir... Die Karte sagt mir gerade... Ist sie ein Typ? Oh, 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 oh. Schnell, Munition wechseln, schnell. Ja, let's go. Ich gebe es. Ich habe ihn mit. Also, stehe auf einen Schuss! Und, wenn du machst, nicht die Bezüge auf die Tannex! Bitte, Leute! Niemand kommt. Du kannst mich oft erweitern. Er weiß, dass ich hier bin! Das ist es! Er hat mich gesagt! Er ist nur das. Very schwer. Ein Böden aus dem Böden. Kannst du das? Oh, oh, heee. Schraubger, in die kommt! Ich habe immer diesen Chopper gebraucht. Geht einfach, ihr Biker! So viel pünktlich hier immer. Ich weiß es nicht. Wir brauchen den Platz zu sichern. Gut. Let's go. Nein. Ich habe mich nicht mehr. Was ist das? Da! In der Hanger! Der Flugzeug! Ich werde es starten, wenn du... ...stimmst die Weg. Wir werden nicht mehr können, wenn es noch Leute gibt. Okay. Mal sehen, was wir tun können. Reaktion! Ja! Ja, der ist hoch! Du okay? Komm, er hat Platz. Dann müssen wir sehen, welches er mutig ist. Und ich will ihn uns. Die ist dein! 1 Dead biker it is good to me as another This is what they call an aggressive takeover Junge, es ist doch unverläubig, dass du hier bist. Was? Jetzt wird's aus Versehen auf den Gast geschossen. Wo sind denn noch Leute? Was? 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 Können wir die Leute finden, die nach dem Trailer kommen? Nein, wir sollten diese Fahrradkarte erstellen. Let's go! Gut. Super, bitte. Tag, Nacht, Zeitraum. Einfach mal in den Sekunden. Oh, Kisten, Kisten, keine Kisten. Das ist mein Plan, Ron. Da ist ein Mann auf der Seite. Komm, 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 komm. Let's go! Check the left, Trevor. Let's go, Ronald. Hey. Das gibt's nicht. Oh, schon. Get me to that plane! Yes. Get me to my plane, Ron! Let's go! Yes! This one for you, permit shop, Kretz! That mechanic, buddy. Ah, tries to get hit. Oh, man. Oh! Ah, Malcolm! Oh, man. Oh, man. Oh, man. What a biggie? Oh, man. Oh, man. Oh, man. Der Mann ist klinging auf! Sie haben einen Verbrauch für diese Schäden bereits? Ich dachte, wir haben ihn nur für die Sache mit dem Statue gesetzt. Wenn du hast du unseren aktuellen Anbieter-Konferenz gehört, Ron, wirst du wissen, dass T.P. Enterprises hat einen Verbrauch von einigen M.C. verlassen in den Armamenten und Narkotik-Sektoren. Und das braucht jemanden für unsere Schäden. Genau, natürlich. Aber Johnny K. und der Fingerene? Ansonsten, meine Anbieter-Konferenz, nur die Dinge zu verbreiten. Trevor Phillips Enterprise ist eine vielmehr die Organisation zu der Rost Reva-Club. Na, wir hoffen, wir hoffen, die Revenhöhung zu verbreiten, die Aufenthalte und die Aufenthalte zu erhöhen. Ich würde nichts mehr erwarten. Für eine Sache, er wird nicht mehr Geld bezahlen, Ja, richtig an die Arbeit. 4 2 1 1 1 2 2 2 Das sind so aufgeladen. Oh, he's the worst. They got him! Shipment successfully delivered, Ron. Now remember, if you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. It's easy for you to kill your carcass and wrap you in cheesecloth. We're gonna make some coins from that hardware, boss. T.P. Enterprises are raising guidance. And the Lost MC are posting unexpectedly soft projections for the coming quarter. They're getting everything that's coming to him. A vast criminal conspiracy like the Lost MC shouldn't let a goon like Johnny K. represent them. He was a man passed his prime. I heard he used to be serious. A few hard stamps to the head knocked the seriousness right out of him. Sure did. But before that, I mean, back in Alderney. Man was weak for Crystal, weak for Ashley, man was weak. Shouldn't have spoken to me like that. He shouldn't have. He was a fool. And you corrected him. He'll not do that. That's really amazing. I'll try again again. I'm... Yes. The shipment was successfully delivered, Ron. Now remember, if you beat me to the Airstrip-Ball, watch your carcass and wrap you in cheesecloth. Oops. Now I'm trying to get out of here. I'm trying to get out of here. I'm trying to get out of here. You wouldn't really do that to me, would you? Beat me and you'll see. I ain't a trained Air Force pilot like you. I can just about get where I'm going, but I don't got much choice over whether it's fast or slow. Then get better at it. Or fly through a barn. Would a barn slow me down? Yeah, it might do. Or it might kill you instead. I'm just gonna fly normal. And I'll rely on you getting there quicker. You're braver than I thought. Keep low, move to the swamp, boss. So the guns are going to Mexico? Mexico, yeah. The guy in the boat is Oscar Guzman. He's in with the cartels. If there's a market, this could be a way to expand the business. Like I hadn't thought of that. We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Ron. I'm sorry to ask this, but does your contact pay well for this kind of shipment? Yes, I've got those loyal fees from the forest and my settlement costs. Oh, he pays. It's better than any in this story country. That's good to hear, man. We'll talk about the exact split when we're grounded, okay? Alright, team. Go ahead, man. Oh, that's locked up now. That's fair, when it's almost displeased. But to the extent of how I did this moment, it ends from the mission to the mission. It will survive. Okay. I'm sorry. I'm sorry. Okay. 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 Was für mich da? Das ist der Weg, der Mann in der Parkstelle. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Du siehst, Trevor? Du hast gewonnen. Du bist der bessere Mann. Als ob es keine Angst hat. Ich verstehe das was. Was? Ich verstehe das. Ich meine, ich werde. Good idea. Wir haben keine Zeit für das jetzt. Denn wir haben mehr Rund, Ron. Wenn es eine Sache ist, die sie brauchen, nach dem großen Fenster, ist es GUNS. Trevor Phillips Industries. Technische Expertise. Innoverteile Manage. Unstoppable. Oh, das ist richtig. Jetzt gehen wir. Ich muss Meditieren. Oder Masturbieren. Ja, wie geht bei, das ist doch sehr ekelhaft. Du kannst jetzt verschiedene Immobilien entzahlen, die ihr erst kaufen. Zum Verkauf stehe, kauf Geschäftsimmobilien sind mit Dollarhaus, Land, Garage, Schiff, Flug, und Heli, Landeplatz. Gekaufte Geschäftsimmobilien zahlen dir wöchentliches Einkommen. Viele Unternehmen erfolgen an der Suchfarbeit. Manche Unternehmen können nur von bestimmten Charakteren gekauft werden. Smoke ohne Worte. Wenn du diesen Hangar kaufst, kannst du Schmuggler-Mission für Oskar erledigen. Wer ist Oskar? Wie standen. Der nervöser Ron. Kopfschüsse. Ja klar. Nervöses Zucken? Cool, hab ich's nicht gedacht. Sechs Brücken, ein Flieger. Super. Naja, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass Trevor von der US Air Force kommt. Und seinen persönlichen Charakter hat. Was Nettes zu sagen und sowas. Naja Leute, ihr wisst, ist ja schon wieder vorbei. Leute, einfach Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.